Hey Leute, tolle Neuigkeiten. Ich habe nach langer Zeit mal wieder D3 gespielt mit ein paar Freunden, die das Spiel ziemlich gut beherrschen muss ich sagen und sie haben mich ein bisschen geleached, also sie haben mir geholfen ein paar Level aufzusteigen, mich zu equippen und so weiter und wie es der Zufall wollte, sind wir in einem Goblin Rift gelandet. Also schaut selbst rein. Ich bin bereit. Let's go. Hi. Rein. Go. Böh, wie das aussieht. Guck mal auf dein Gold und vielleicht. Guck mal auf den Hintergrund an gleich. What the fuck passiert mit meinem Gold? Oh du Mist. Boah einfach FPS tot, 20 FPS, das ist unglaublich. Ich bitte der. Alter hier ist voll das Feuer, kann ich da drüber laufen? Ja das ist von meiner Hüte. Achso. Ja ich habe bisher 59 Millionen gekriegt. Boah ok ich habe 9 Mille. Guck mal hier, dann guck mal den Hintergrund an hier unten rechts. Können wir kurz einmal pausieren. Boah krass alter. Geil. Guck mal da gräbt der Goblin in einem Goldrohr und wirfts einfach nach unten. Ey geil. Er wirfts einfach nach unten. Ja er wirft quasi den Tisch um. Ey ihr müsst mal weg gehen da, dann kann ich gezoomt gucken. Tatsächlich. Hallo? Hä? Ich sehe nichts. Einmal kurz auf Seite. Eben den anderen Elemental Arrow reinnehmen. Krass alter. Geil. Oh was liegt denn hier alles rum? Ich schiebe einfach mal alles auf. Weil da fliegt einer hier lang, guck mal. Wo? Da oben, der geht da so hoch. Hä? Ja dieser Aufzug da. Der kam gerade ganz nah an meinen Bildschirm. Ja das sieht so geil aus. Oh so viel Gold, schon wieder 8 Millionen. Da unten wie die da lang laufen durch die Portale. Es ist so cool. Ach, das ist mein Lieblingsdrift hier einfach. Geil weil wir das wieder bekommen. Oh jetzt geht's ab hier unten. Oh hier ist irgendwas gestorben. Komm ey. Da ist ein Gobo. Einer? Da sind zwei? Ne. Wart schon ein paar. Die Hydra legt's mit dem an die pöbelt. Wo sind die Legendaries alter? Du brauchst keine Gold. Ich krieg sie hier. Das ist eins das du hier brauchst. Vor allem wie viele Gegner hier sind. Die haben wir jetzt eigentlich nicht so hoch. Voll der Hammerharte. Guck mal. Peck? Biabowski stimmt. Forbidden Knowledge. Wer ist das? Zeig mal. Wie sieht der aus? Forbidden Knowledge. Der drunter. Schauen wir mal drauf hier. Guck mal. Vielleicht gibt es ja was besonderes. Das ist ein Schiener-Grasspiel, wie ich nicht kenne. Alter der Hammer ey. Also viel Gold. Die auf dem Berg rum. Wie viel haben wir schon noch nicht öffnen? Hohoho. 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 Boah wie viel Geld ich hab. Boah. Allein die Imperials sind auch schon nice. Allein diese Games ohne Witz ey. Allein diese Games ohne Witz ey. Ich will doch nicht öffnen da. Ich geh einmal zurück während jeder bastelt. Warum? Wird's mal gucken? Guck mal da. Da ist die Vault noch offen. Boah da. Inner. Was ist das? Inner Sanctum. Hier oben war noch ein Gold Dings. Könnt ihr mal. Haben wir nicht kaputt gemacht. Der King gespeedelt ey. Spiel. Ich bin auch hier in Noob Equipment. Nicht wundern. Wo denn? Irgendwo in der Ecke muss doch noch Gold für euch liegen. Naja. Wart ihr dafür zu weit weg oder was? Hast du gefunden Thorsten? Da liegen zumindest Gold und ein paar Items rum ne. Wo? Kommen wir zurück und zwar. Hier guck mal. Seht ihr die Kette jetzt vor euren Augen? Ja. Da ist eine Hohohoho. Da kommt einer. Da kommt er. Guck. Wie zu geil. Wirft ihr auch Gold? Der Erwin. Der wirft auch Gold. Guck mal. Aber man sieht es nicht. Siehst du die Kette vor dir direkt Hans? Der grinst halt. Geil. Musst du warten bis einer kommt halt. Das sieht total cool aus wenn der da hoch rennt ey. Ah ja jetzt kannst du da ein Schwert rechts. Das ist bei jedem Unterschied. Eine Klinge will ich haben. Der schmeißt auch mit Gold. Der freut sich. Da rechts finde ich die Klinge ey. Boah. Hier sind die Jungen. Das ist so hart alter. Das ist so das Geilste einfach. Das haben die so gut gemacht wirklich. Der Applaus an den Lizard ey. Boah komm hier. Ist auch der Goblin der sitzt. Hast du gesehen die Statue hier? Stimmt. Boah das war der. Das ist der heilige Goblin. Boah ist der böse auch. Ja hier ich seh es. Der hat ein Auge auf dem. Der hat ein Sharingan auf dem Kopf alter. In dieser Ecke war das Ding. Na hier. Woanders was bekommen. So cool hier ey. Wirklich das ist so gut ey. Ich hab einfach mal die zu 334 Millionen. Dann wechseln. Also pass auf Gökha nur ganz kurz. Ja. Nein. Oh mein Gott. Ist egal ist egal. Wir wechseln jetzt auf. Kampf hier einfach für den. Für den Bots und dann. Danach kommt eine Kiste. Die darfst du nicht öffnen bis sie wieder zurück gewechselt haben. Okay. Also gehört die Kiste nicht öffnen. Okay okay alles klar. So und go. Warte warte ey chill. Warum? Ob ich einen Schaden auf einmal. Okay. Go. Wollen wir schnell beeilen? Einfach durch? Boom. Boss Greedslayer. Okay dann machen wir nicht auf Rekord. Ja doch schon. Ja nun da müssen wir ja wahrscheinlich ihn schnell angreifen. Komm mal hier. Gökhan wieder aussieht. Und wir sind fertig. Boahhh. Er ist schon fertig. Boahhh. Boahhh ja schon ready. Boahhh. Hehe erstmal die Schatzkiste wegschlagen. Boahhh. 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 Er kann nicht gegen den kämpfen oder tötet er mich direkt. Der ist stark. Ich verwirre ihn. Nein! Was ist denn los? Da ist ein Goblin runtergefallen. Achtung, nicht die Kiste aufmachen. Nicht die Kiste aufmachen. Wechseln alles. Hier ist ein Goblin noch. Ich bewege mich einfach gar nicht. Nicht, dass die aussehen aufmachen. Ich hab wieder alles an. Warte. Ja, ich hab alles an. Ich bin bereit. Ja, ich bin immer bereit. Dann auch. Money for nothing. Boah, da kamen voll die Sachen raus. Die Stacks, die man da kriegt. Two Handed Mace, ein Shield, ein Ring, eine Potion, eine Gem. Ja, Two Handed Mace anscheinend. Klick mal auf die Kiste. Auf die Kiste? Ich hab jetzt. Ich habe 23 Millionen bekommen. Warte mal, ich gönne mir das jetzt noch ein paar 15 Minuten oder so. Ich hab 208. Hab ich bekommen. sehr gasolineوں die sind fallig erschlagen zu lassen. Lo Afterwards their setzen,